Recht herzlich willkommen zu unserer nächsten Podiumsdiskussion. Wie Sie wissen, geht es um das Schuldendilemma, die staatlichen Interventionsmaßnahmen und natürlich auch wirtschaftliche und soziale Konsequenzen. Ich freue mich sehr, dass ich in der nächsten Stunde drei Expertinnen und Experten hier in unserer Runde habe, die sehr interessant sind. Claudia Buch ist aus Tübingen von der Universität. Sie ist der Expertin für internationale Finanzen und Volkswirtschaft. Sie ist auch Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Silvia Merle arbeitet bei LG Press Investments. Sie hat viel Forschung auch im Bereich europäischer Wirtschaft vorgenommen. Wir wissen von ihr, werden von ihr viel über die EU-Situation erfahren während der Pandemie. Sie hat sich da ein Fachwissen erarbeitet. Er ist Experte für deutsche Geschichte und auch internationale Geschichte. Ihn interessiert die Nord-Süd-Politik, soziale Bewegungen und auch die Geschichte des Neoliberalismus, die in unserer Situation, in unserer Diskussion sicherlich interessant sein kann. Staatliche Interventionsmaßnahmen und Staatsverschuldung ist natürlich ein Thema, was in Deutschland immer wieder diskutiert wird. In Deutschland redet man oft über zu viel staatliche Verschuldung und Stabilitätspolitik, die damit einhergeht. Die Bundesbank ist als Hüter des Grals oft bezeichnet. Für mich ist es deswegen ein großes Vergnügen. Frau Vizepräsidentin Claudia Buch heute hier zusammen. Claudia, vielleicht könnten Sie anfangen, indem Sie uns die deutsche Mainstream-Meinung erklären könnten in Bezug auf Verschuldung und Maßnahmen, die der Staat unternehmen kann. Und vielleicht können Sie auch darüber reden, ob sich jetzt seit 2020, seit der Pandemie etwas verändert hat. Claudia. Danke very much. Ganz herzlichen Dank, Marc. Und danke auch an die Organisatoren, denn das ist ja wirklich ein interessantes Podium. Ich bin mir nicht so sicher, dass ich geeignet bin, darüber zu sprechen, was die Deutschen ganz allgemein über Schulden denken. Ich möchte mir das vielmehr durch die Brille der Bundesbank anschauen, aber auch durch die Brille einer neuen Politik, einen neuen Politikbereich, nämlich die Stabilität, für die sind wir auch zuständig. Also die Preisstabilität, die soll die Bundesbank aufrechterhalten, das ist das Mandat. Aber seit 2013 sind wir auch zuständig für die Finanzstabilität. Ich möchte also so ein bisschen darüber sprechen, was im letzten Jahrzehnt passiert ist und in der globalen Finanzkrise und nicht nur in der Corona-Krise, aber wie das wiederum unsere Verschuldung beeinflusst hat und was das wiederum bedeutet für die Zukunft. Schauen wir uns die letzten Jahrzehnte an und die Ereignisse dort. Die Staatsverschuldung ist angestiegen, aber auch der Privatsektor hat sich stärker verschuldet. Und das Ganze hat nochmal ein neues Niveau erreicht in der Corona-Pandemie. Also zu viele Schulden, darüber haben sich viele Sorgen gemacht. Und nachdem diese Krise global wurde, hat insgesamt das Schuldenniveau zugenommen, ist noch höher heute als bei der globalen Finanzkrise. Also was jetzt passiert ist und auch während der Pandemie und auch die großen fiskalischen Interventionen unterscheiden sich natürlich sehr stark von dem, was in der globalen Finanzkrise passiert ist. Die fiskalischen Maßnahmen, die Anfang letzten Jahres getroffen wurden und nach wie vor ergriffen werden, wurden gerechtfertigt durch den Effekt der Pandemie und den wirtschaftlichen Schock, den diese Pandemie verursachte. Was geschieht also nun? Wie gehen wir um mit erhöhten Schuldenniveaus? Ich glaube aber nach wie vor, dass das absolut notwendig war, hier die Staatsausgaben zu erhöhen aufgrund der wirtschaftlichen Schocks. Und nun zur globalen Finanzkrise, um zu erklären, was seither geschehen ist. Also damals gab es auch starke Interventionen von Seiten des öffentlichen Sektors. Es gab Hilfsmaßnahmen und auch offizielle Unterstützungsmaßnahmen und Programme. Die Gründe dafür waren natürlich unterschiedlich, denn wir hatten eine globale Finanzkrise und der Finanzsektor war nicht hinreichend reguliert. Also hier wurden in den Finanzinstitutionen Schulden angehäuft und der Kapitalpuffer im Verhältnis zum Gesamtvermögen der Banken lag nur bei 4% vor der globalen Finanzkrise. Also vor etwas mehr als zehn Jahren, das heißt ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen. Seither ist viel geschehen. Wir haben mehr Kapital im Bankensektor. Wir haben neue Regeln und Institutionen, die umgehen können mit sogenannten Too Big to Fail Banken. Und das ist etwas, was wir während der globalen Finanzkrise versucht haben zu regeln und einen neuen Rahmen zu schaffen. Und das ist natürlich sehr wichtig. Wir haben auch entsprechende makroökonomische Maßnahmen. Wir haben jetzt ein neues Mandat für die nationalen Behörden, sodass wir widerstandsfähige Finanzsysteme haben, die Banken gut kapitalisiert sind. Und das ist ein nationales Mandat. Da gibt es natürlich Unterschiede in den verschiedenen EU-Staaten, was die nationalen Institutionen angeht. Deshalb ist es wichtig, dass wir da national zuständig sind. Aber das Ganze koordinieren wir natürlich auch international. Das ist also unsere Hauptbotschaft. Es geht hier nicht nur ausschließlich um die fiskalische Position. Als Zentralbank ist es für uns auch wichtig, dass wir nicht zu viel Kreditaufnahme im Privatsektor haben. Das ist der neue institutionelle Rahmen. Der hilft uns mit der gegenwärtigen Situation in der Corona-Pandemie umzugehen. Wir hatten einen Rückgang in den Staatsschulden vor der gegenwärtigen Pandemie. Aber die Schulden im privaten und staatlichen Sektor sind natürlich enorm angestiegen aufgrund des wirtschaftlichen Schocks. Aber ich habe gleichermaßen ja schon gesagt, dass die Realwirtschaft wirklich unterstützt werden musste. Das war sehr wichtig, ebenso wie die Unterstützung des Finanzsystems. Ungefähr 30 Prozent der neuen Kreditaufnahme in Europa wurde von fiskalischen Programmen immer unterstützt. Und das ist in den letzten Jahren immer der Fall gewesen. Also insbesondere während der Lockdown-Maßnahmen war es wichtig, dass diese Kredite weiter fließen konnten. Es gab also eine starke fiskalische und monetäre Unterstützung. Das Ganze ist auch international koordiniert und das ist sehr wichtig. Was liegt noch vor uns? Das sind vielleicht die Sorgen, die Sie auch vorher erwähnt haben. Natürlich machen die Deutschen sich Sorgen um ein so hohes Niveau der Staatsverschuldung. Wir können ja nicht immer weiter Schulden machen und deshalb möchte ich ein paar Lösungen erwähnen. Wahrscheinlich werden wir stärker versuchen, uns Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn wir mehr Unternehmensinsolvenzen sehen und was wir dann mit diesem Unternehmenssektor dann tun. Und wir müssen auch differenzierter agieren in Bezug auf ein Auslaufen unserer Unterstützungsmaßnahmen. Und der Finanzsektor muss natürlich auch resilienter werden. Vier Prozent des gesamten Vermögens als Eigenkapital vor der globalen Finanzkrise. Das ist dann auf sechs Prozent erhöht worden für die global aktiven Banken relativ zu den Gesamtvermögenswerten. Das heißt, die Resilienz der Banken war natürlich wichtig, um dieser Krise zu begegnen. Und diese Resilienz muss aufrechterhalten werden, sodass der Finanzsektor nicht erneut dereguliert wird. Denn das hat uns ja in diese Situation gebracht, die wir vorher hatten. Dieses Finanzsystem muss aber auch während der Pandemie weiter funktionieren. Und damit möchte ich es belassen. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir werden auf die Argumente auch nochmal zurückkommen. Aber bevor wir das tun, möchte ich alle drei Diskutanten auch mit einbinden. Quinn Slabodian. Ich hatte bereits gesagt, dass Sie ein Experte für Geschichte, im Besonderen auch für die deutsche Geschichte sind, auch für Wirtschaftsgeschichte. Sie haben vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus, heißt das. In Bezug auf unser Thema, das es uns heute geht, wie lässt sich das einordnen? Das heißt, wie sehen Sie die Situation jetzt? Also was ist seit 2020 geschehen und vorher? Quinn, bitte schön. Vielen Dank an die Organisatoren und an meine Diskussionsteilnehmer hier. Eine interessante Zeit, das zu debattieren. Denn gerade jetzt, glaube ich, beginnt schon so ein Bürgerkrieg zwischen einzelnen Wirtschaftswissenschaftlern, weil sie nicht wissen, was wir in der unmittelbaren Zukunft erwarten sollten, wegen der fiskalischen Politik, die beispielsweise auch in den USA jetzt gestartet ist, in den ersten Monaten der beiden Administrationen. Auf der Titelseite der Financial Times steht heute, dass die Jagd eröffnet ist für progressive Wirtschaftswissenschaftler, die offenbar jetzt den Ton angeben in der beiden Administrationen. Martin Wolf zum Beispiel hat im Meinungsteil dann versucht, etwas zu lavieren, was die Inflation nun macht. Also hier entwickelt sich eine ganze Menge im Moment, deswegen ist es schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Was wir allerdings sehr wohl sagen können, ist, dass, auch in Bezug auf mein Buch relevant ist, was Sie gerade erwähnt haben, nämlich, dass das Projekt, supernationale oder übernationale Institutionen zu schaffen, die dann das Ziel haben, dass einige Probleme im Wirtschaftsleben nicht mehr so relevant sind, indem sie nicht mehr demokratisch verhandelt werden müssen oder nicht mehr demokratisch diskutiert werden müssen. Und sowas ist im Moment unter Druck geraten, solch ein generelles Konstrukt und eine Legitimitätskrise, die wir mehr als je zuvor durchleben. Was bedeutet das? In meinem Buch habe ich diesen jahrhundertealten Prozess beschrieben, wo politische Philosophen und Wirtschaftswissenschaftler immer verstehen wollten, dass die globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Freizügigkeit von Kapital und Wahn, weiter existieren kann, obwohl wir ja jetzt eine Welt sehen, die deutlich mehr fragmentiert ist in eigene politische Systeme und Staaten. Wie können wir diese Welt ausgleichen, sozusagen, in Bezug auf Souveränität und Regierung einerseits und der wirtschaftlichen Warenströme? Und eine der Lösungen, die dann anklangen war, man muss das staatliche System weiter so laufen lassen, aber darüber eine zweite Ebene der überstaatlichen Institutionen einrichten, wie zum Beispiel den IWF, der verantwortlich ist für die Geldstabilität und Geldpolitik oder so zum Beispiel wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, später dann die Europäische Union, die ja auch die Aufgabe hatte, sicherzustellen, dass Wettbewerb gewährleistet wird, robust und handhabbar zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und dann mit dem Entstehen der Europäischen Währungsunion, die ja für die Währungsgeschicke des gesamten Raumes zuständig war. Und dann 1995 noch die Welthandelsorganisation, die ja auch eine ähnliche Vorstellung hatte, nämlich, dass demokratische Politik auch disruptiv sein kann. Gerade, wenn man Stabilität aufrechterhalten möchte, wenn man möchte, dass Investoren berichtenbare Bedingungen haben, generell Leute ihr Geld weltweit investieren können, je nachdem, wo die produktive Kapazität vorhanden ist, ohne Angst zu haben, dass sie morgen enteignet zu werden oder wenn sie enteignet werden, sie immer noch die Möglichkeit haben, dass sie in einem externen Streit Beilegungsmechanismus anfechten können. Also, wenn das so sein soll, muss man aus einer demokratischen System dieses demokratische Streitpotenzial hinaus herausnehmen. Und ich glaube, dieses System der Europäischen Währungsunion war eine Apotheose, ein Höhepunkt solch einer Entscheidungsphilosophie. Das heißt, wir kontrollieren das Geld, nehmen die Verantwortung aus den Nationalstaaten heraus, auf eine supranationale Ebene und was dann dazu führt, dass das genau eingetreten ist, was Claudia gesagt hat, in Bezug auf Stabilitätsfragen. Und deswegen kann man technokratisch effizient vorgehen, ohne dass der Alltagsstreit aus den Nationalstaaten irgendeinen negativen Einfluss ausübt. So, dieses übernationales Modell ist natürlich in zunehmendem Maße in den letzten fünf Jahren unter Beschuss geraten. Durch die wahren Intentionen der Bundesbank, des IWF, der WTO. Der Eindruck war immer, dass, so hat es mindestens die Öffentlichkeit in vielen Ländern gesehen, dass diese Organisationen gar nicht mehr rechtenschaftsfähig sind oder pflichtig sind, sich so weit entfernt haben von der Öffentlichkeit, dass sie eigene Interessen haben, die sie selber vertreten und schützen wollen. Und das hat so auch zu einem rechtslastigen Populismus in vielen Ländern geführt, seit 2015, 2016, dann die AfD in Deutschland beispielsweise und andere Beispiele. Ja, eine Legitimitätskrise einer übernationalen Struktur von Institutionen, die natürlich langfristige Ziele hatte, wie Preisstabilität, Finanzregulierung und so weiter. Hier kommt aber jetzt die Frage, wie lässt sich das jetzt lösen, diese Krise? Und wie können solche Legitimitätskrisen in der Zukunft dann wiederum verhindert werden? Wie können wir Legitimität wieder aufbauen? Ich finde das sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, wie Zentralbanken sich seit der globalen Finanzkrise der quantitativen Lockerung beispielsweise genähert haben. Frau Buch hat ja gesagt, dass das sich geänderte Mandat der Bundestag sehr wichtig ist. Die Zentralbanken haben gesagt, ja, wir müssen irgendwie besser kommunizieren mit unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten hier ein Kommunikationsdefizit. Insofern wäre es ganz interessant, sich mal das Zentralbanksmuseum anzuschauen in Finnland und London, wo ich auch gewesen bin. Und ich habe mir dort mal angeschaut, wie unterschiedlich man versucht zu kommunizieren mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und um zu sagen, das ist gar nicht technokratisch als Institution, wir irgendwo abgehoben rumschweben, sondern nein, wir sind sehr relevant für das Alltagsleben und die Alltagsstabilität für das Leben der Menschen. Was hat nun die Corona-Krise getan? Natürlich hat sie einen großen Schaden den supranationalen Institutionen zugefügt. Und alles wird wieder auf nationaler Ebene gesteuert. Lieferketten, Impfstoffentwicklungen und Lieferungen, Lieferketten sowieso, also lokale Regulierung statt übernationale. Die Herausforderungen von China hat zu einer entsprechenden Mentalität auch in den USA und unter Trump geführt, was sich fortgesetzt hat unter Biden. Und jetzt sehen wir die Herausforderung, dass wenn man sich wieder erholen will, also zurückkommen will aus dieser Covid-Krise, man gleichzeitig immer noch die Legimitätskrise hat, die nicht verschwunden ist und ein bevorstehender Bürgerkrieg, den ich schon eingangs erwähnt hatte, in Bezug auf Inflation und Fiskalpolitik. Leute wie Janet Leland oder Jerome Powell, die ja in der Vergangenheit ihre Front geschlossen hätten, vor 10 oder 15 Jahren, die jetzt gegenteilige Positionen einnehmen in diesem Kampf. Wenn es eine Inflation gibt, können wir dann eine Weile damit umgehen, können wir das so akzeptieren oder würde das dazu führen, dass die Inflationsbekämpfung dann auch wieder politische Konsequenzen hat. Schlussendlich vielleicht noch, und da kommen wir zurück zu dem internen Artikel von Martin Wolf in der Financial Times. Er sagt gegenüber Milton Friedman, wenn man sagt, Inflation ist immer ein Geldproblem und Wolf sagt im Gegenteil, nein, das ist ein politisches Problem. Milton Friedman hat aber auch gesagt, das ist ein politisches Problem und die einzige Möglichkeit, die Wirtschaft heutzutage wahrzunehmen, also die Schuldenlevels, alle die haben natürlich als Vermittlungsstruktur immer die politischen Institutionen, Zentralbanken beispielsweise. Und wenn diese übernationalen Konstrukte überhaupt überleben wollen, müssen sie besser kommunizieren können mit den Nationalstaaten und müssen ganz ehrlich sagen, wir wissen nicht, wie es aussehen kann, wie die Zukunft aussieht, wie die Inflation sich entwickeln wird. Das sind immer Kompromisse, die einzugehen sind. Und die müssen auch ganz offen und transparent diskutiert werden in einer öffentlichen Debatte. Ansonsten ist die Zukunft eher sehr düster. Das ist sehr interessant, vielen Dank. Ich glaube, wir werden heute eine interessante Diskussion führen können an diesem Nachmittag, denn wir sehen ja jetzt schon unterschiedliche Argumente von Ihnen, Claudia, denn Sie haben gesagt, dass dieser neue Rahmen, diese neue Regulierung gut ist, weil sie uns eine Chance gibt, die Situation besser zu bewerkstelligen als noch vor zehn Jahren in der globalen Finanzkrise. Dabei sagen Sie, dass die internationalen Institutionen und Organisationen eher unter Druck geraten sind, Renationalisierung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Insofern wäre es ganz interessant, jetzt mal von Silvia zu hören in unserer Debatte, denn Sie als Expertin für EU-Politik können uns vielleicht sagen, was auf Ebene der Europäischen Union geschieht. Ist die EU schwächer oder stärker nach der Pandemie? Wunderbare Frage. Wie viel Zeit haben wir denn dafür? Danke an die Organisatoren, dass Sie mich heute eingeladen haben und danke auch an die anderen Podiumsteilnehmer. Sie haben mich sehr inspiriert. Zunächst einmal möchte ich einen Schritt zurück machen und zu sagen, ja, es gab ja auch noch andere Krisen, die Euro-Krise, die vorher stattfand, aber bei Covid hat die EU jetzt eine finanzpolitische Herangehensweise gewählt, die besonders ist und eine gemeinsame Finanzpolitik. Das ist ja tatsächlich das Neue daran im Vergleich zur Vergangenheit. Wenn man das vergleicht mit dem, was vor zehn Jahren passiert ist, ist das jetzt neu. Schauen wir mal zurück auf die Euro-Zonen-Krise. Diese Krise war sehr asymmetrisch. Nur ein paar Länder haben Probleme erlebt im Kontext dieser Euro-Krise. Und um einen Begriff zu benutzen, den wir in der Wirtschaft oft benutzen, ist, dass es eine endogene Krise war. Die Krise, die sehr stark bezogen war auf die wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die in einigen Ländern gefällt worden waren. Und hat ja auch zu tun mit der Asymmetrie in der gemeinsamen Währungspolitik, wie das auch schon korrekterweise gesagt wurde. Also das Ergebnis war eine asymmetrische Krise, die sehr stark verwurzelt war in lokaler Wirtschaftspolitik und lokalen wirtschaftlichen Entscheidungen und Umständen. Und zwei Sachen sind dann passiert. Die Entwicklung einer sehr starken Nord-Süd-Rhetorik, wenn man diese Krise beschreiben wollte, diese Narrative, die die Guten gegenüber den Sündigern gestellt haben. Und das war sehr, sehr mächtig, auch bei der Gegenreaktion auf diese Krise. Denn die Reaktion bestand ja darin, eine Version dessen zu schaffen, was wir klassisch neoliberal nennen würden. Ein klassisches neoliberales Rezept, makroökonomische Konditionalität und Kreditvergabe an die Länder, die Geld brauchten, da sie eben bedroht waren. Das war so etwas wie eine IWF-Antwort auf die Krise. Das hatte ja auch eine Argumentation dahinter, da der Ursprung der Krise ja so ähnlich war wie der Ursprung einer Krise, die normalerweise ja auch vom IWF behandelt wird. Aber da hat man gesehen, wie stark die politische Kluft zwischen den nördlichen Ländern und den südlichen Ländern ist zur gemeinsamen finanzpolitischen Solidarität. Und das blieb auch der Fall nach der Krise, bis Covid-19 kam. Covid-19 ist aber das genaue Gegenteil im Vergleich zu den Krisen von vor zehn Jahren. Das ist ein symmetrisches Ereignis. Alle Länder sind gleichermaßen betroffen. Denn das hat ja nun nichts mit der Volkswirtschaft der einen oder anderen zu tun. Also die Ursprünge der Krise, das ist ja ein Virus und eine Gesundheitskrise. Man kann natürlich hier auch einen wirtschaftlichen Terminus nehmen. Zwar gab es wirtschaftliche Bedingungen auf lokaler Ebene. Und es ist eine Krise, die natürlich starke wirtschaftliche Folgen nach sich zieht. Und in Europa hat das das Potenzial, hier die makroökonomische Konvergenz wieder aufzudröseln, die man ja schon erzielt hatte nach der Eurozonen-Krise. Also die Eurozonen-Krise kam also aus makroökonomischer Divergenz, hat aber dann zu volkswirtschaftlicher Konvergenz geführt. Von Seiten der Länder, die 2010, 2011 am stärksten betroffen waren. Und jetzt besteht das Risiko, dass alles wieder aufgedröselt wird und zerstört wird durch die Covid-19-Krise. Der Grund ist, dass obwohl die ärmeren Länder hier finanzpolitisch 2020 stark gesteuert haben in der Eurozone, war es so, dass die fiskalpolitischen Ausgaben bei 4% des Bruttoinlandsproduktes waren im Durchschnitt. Und bei der Finanzkrise war die äquivalente Zahl bei weniger als 2%. Die finanzpolitische Steuerung wurde also hier viel, viel stärker herangezogen, weil aber nun die Grundvoraussetzungen so waren und weil wir ja aus einer anderen Krise vor zehn Jahren herausgetreten sind, waren einige Länder in einer schwierigeren Lage und waren nicht so sehr fähig, Ausgaben zu machen und diesen Schock von 2020 abzufedern. Und man kann das sehr stark beobachten, wenn man sich anschaut, welche Maßnahmen von verschiedenen Ländern ergriffen wurden im Rahmen der Finanzpolitik. Wenn man jetzt Deutschland und Italien beispielsweise vergleicht. Italien hat Garantien benutzt. Das ist eine Art, wie man direkte Ausgaben aufschieben kann. Also sozusagen Geld kann man blockieren für die Zukunft, aber man gibt jetzt eben unmittelbar nicht aus, weil man ja einen geringeren Spielraum hat, einen finanzpolitischen Spielraum, der kleiner ist, kann aber negative Auswirkungen haben für die fiskalische Stabilität in der Zukunft. Das ist nur ein Beispiel, das zeitigt, ja, den Schock haben wir alle gemeinsam erlebt, aber wir haben festgestellt, dass nicht jeder in der Lage war, gleich zu reagieren. Und das ist ein großer Unterschied zur Krise von vor zehn Jahren. Jetzt haben wir also EU-Finanzpolitik und Ausgaben, die ganz anders gelagert sind und die man sich nie hätte vorstellen können. Das ist ja nie da gewesen. Hätte man sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, wenn man uns da gefragt hätte, oder vor drei Jahren noch, ob wir sowas wie den Wiederaufbauplan Next Generation EU überhaupt uns vorstellen könnten, dass das verabschiedet werden würde auf der EU-Ebene, dann hätten wir gesagt, nein, niemals, denn die Bedingungen dafür gab es ja nicht. Es gibt also fiskalpolitische, finanzpolitische Solidarität als Reaktion auf die Krise und das ist etwas komplett Neues, wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht. Und potenziell macht das die EU natürlich stärker, da man jetzt historisch starke Tabus der europäischen Integration birgt, nämlich die gemeinsame gegenseitige Absicherung. Jetzt hat man die 750 Milliarden, die im nächsten Haushaltszyklus integriert werden und dann gibt es noch explizite Finanztransfers. Manche Länder werden also einen Finanztransfer erhalten aus diesem Wiederaufbauplan Next Generation EU und das gab es in der Vergangenheit noch nie. Man experimentiert also mit den Grenzen der europäischen Finanzpolitik, wenn man so will, und verschiebt diese. Die EU wird dadurch stärker oder schwächer? Fragezeichen, das hängt noch an etwas anderem. Wir müssen eine Debatte führen ab 2022, was wir dann letztlich mit den Schulden machen, die sich dann angehäuft haben werden. Auf staatlicher Ebene, denn die Asymmetrie verbleibt ja, wenn Sie jetzt die Prognosen vergleichen für Deutschland im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt 2020, auch wenn man die finanzpolitische Unterstützung in den Blick nimmt, die Deutschland der Regierung zukommen ließ, das ist unter 90 Prozent. Bei Italien grenzen wir an 160 Prozent, das ist ja fast das Doppelte. Also das ist so eine Kluft und so eine Asymmetrie, die wir natürlich noch ausdiskutieren müssen und die wir dann überbrücken müssen in den nächsten Jahren. Diese Diskussion wird bestimmen, ob die EU wirklich gestärkt aus dieser Initiative hervorgehen wird oder ob das politisch vergiftend wirkt am Schluss. Wunderbar. Okay, wunderbar. Vielleicht sollten Sie alle drei jetzt mal aufeinander Bezug nehmen, wenn Sie das möchten. Claudia, Sie waren ja die Erste. Ich bin mir sicher, dass es da eine ganze Reihe von Punkten gerade gab, auf die Sie Bezug nehmen müssen zu Quinn und Silvia. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Das waren wirklich sehr exzellente Beiträge. Und ich stimme zu. Die politische Ökonomie ist so wichtig, all diese Diskussionen zum Thema Solidarität. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf die globale Finanzkrise. Also Probleme mit der exzessiven Kreditvergabe haben natürlich auch immer zu tun mit exzessiver Kreditaufnahme, also Verschuldung. Und das ist natürlich wichtig, dass das immer zwei Seiten derselben Medaille sind. Das haben wir gelernt. Und viele Unterstützungsmaßnahmen in den südeuropäischen Ländern, die waren letzten Endes auch zum Vorteil der Deutschen Bank. Und das sind immer zwei Seiten der Gleichung. Die Finanzstabilisierungspolitik und die makroökonomische Politik, all das ist natürlich wichtig. Und das sind natürlich fachliche Begriffe. Aber letzten Endes kann man sich das besser vorstellen, wenn man das so beschreibt. Eine Lehre aus der Krise ist, dass wir neue Institutionen haben, also supranationale Institutionen, zum Beispiel das European System Risk Board. Das heißt, die verschiedenen Perspektiven und Ansichten werden hier zusammengeführt. Aber wenn es um die Macht geht, bestimmte Maßnahmen umzusetzen, da ist dieser Risikoausschuss, dieses Risk Board doch relativ schwach. Also letzten Endes liegt die ganze Macht auf nationaler Ebene. Und deshalb brauchen wir die demokratische Legitimität. Wir brauchen die Diskussionen im Inland. Nicht immer stimmen wir überein. Aber wir müssen wirklich das Ganze zurückführen auf den parlamentarischen Prozess. Und das gibt natürlich immer grenzüberschreitende Effekte. Entscheidungen können auf nationaler Ebene getroffen werden mit unseren verschiedenen Institutionen. Aber es gibt natürlich auch grenzüberschreitende Effekte durch die Entscheidungen unserer Institutionen. Und deshalb braucht man eine Art Koordinierungsorgan in Europa. Und einige dieser neuen Institutionen sind manchmal kompliziert. Manchmal ist es auch nicht so einfach, Schlussfolgerungen zu erreichen und Einigung zu erreichen. Aber wir müssen natürlich schauen, was sind die Lehren aus diesen funktionierenden Institutionen. Und das wären dann wiederum Lehren aus der Pandemie für uns alle. Quinn hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Die demokratische Legitimierung dieser Institutionen ist so wichtig. Und die Bundesbank legt natürlich Wert darauf. Wir können immer nur agieren innerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches, innerhalb unseres Mandats. Manchmal werden wir gefragt, warum agieren wir nicht im Bereich Klimaschutz? Und dann erklären wir immer, wir sind unabhängige Einrichtungen, technokratische Institutionen. Und wir müssen wirklich ganz sicher sein, welches Mandat wir haben. Das Mandat wird uns vom Volk gegeben und wir füllen das lediglich aus. Ob das Ganze nun korrekt funktioniert oder nicht, das ist wieder eine separate Frage. Aber das ist letzten Endes der Zweck dieser Mandate oder Zuständigkeitsbereiche. Fiskalpolitik. Hier brauchen wir eine Diskussion, die ein wenig differenzierter werden sollte. Da geht es nicht nur um Fiskalpolitik an sich oder die Staatsausgaben an sich, sondern auch eine Diskussion dazu, wohin das Geld geht, was die sozialen Sicherungsziele sind, die wir damit verfolgen. Eine solche Diskussion wäre sehr hilfreich auf nationaler und auf europäischer Ebene. Die Solidarität, die wir in der Krise gesehen haben, die wurde wirklich gebraucht. Ich stimme überein, aber es wird zu irgendeinem Zeitpunkt in Europa Diskussionen geben. Können wir uns das alles leisten? Ist das wirklich gut für das Wachstum? Ist dieses Wachstum nachhaltig? Was bedeutet das für uns? Das ist sozusagen dann ein differenzierter Ansatz. Wir müssen versuchen, unsere Politik zu evaluieren und das brauchen wir auch bei uns in Deutschland. Kurzer Punkt meinerseits und dann machen wir weiter mit Quinn und der Silvia. Es ist interessant, wenn Sie sagen, dass es eine Diskussion braucht, was nun die Staatsverschuldung angeht und wie es damit weitergehen soll in den nächsten Stritten. Aber interessanterweise gibt es in Deutschland keine Diskussion. Denn Deutschland war ja auch das Land, wo vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren eine große Debatte entstand während der Euro-Krise. Aber jetzt scheint hier in Deutschland gar nichts diskutiert zu werden. Da gab es mal einen Bericht, der vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung erwähnt wurde, wo ehemalige Politiker wie Peer Steinbrück und Herr Oettinger und andere ihre Position klargestellt haben und eine Diskussion verlangt haben in Deutschland. Die ist aber nicht vorhanden. Warum? Ich kann versuchen, das zu beantworten. Eine Antwort wäre, dass die Kommunikation mit den Fiskalprogrammen, also sowohl die inländischen als auch die europäischen Programme wurden ja erwähnt, all das wurde wirklich gut kommuniziert. Es wurde wirklich gut mitgeteilt, warum das in dieser Zeit notwendig ist. Und natürlich ist das dann wieder anders, wenn wir in der Zukunft versuchen, diese Themen noch einmal neu zu bewerten und zu beantworten. Aber die wirtschaftliche Notwendigkeit, die wurde sehr gut erklärt. Und das ist einer der Gründe. Ich weiß nicht, ob andere da eine andere Meinung dazu haben. Ja, dann vielleicht mal an Quinn, den Historiker. Ja, mein Kommentar zu dem, was Silvia gesagt hat. Auch danke für diesen Bezug, dass die globale Finanzkrise ja auch sich mit heute vergleichen lässt. Und wie oder zu welchem Grade man fiskalische oder Geldpolitik sich verändern können und wie sehr sie sich verändert haben im Vergleich der beiden Krisen. Das hat was damit zu tun, worüber wir auch gerade gesprochen haben, nämlich die Besonderheiten in Deutschland bei der Lösung der Euro-Krise. Da war es die deutsche Führung und die deutsche Meinung, die außerordentlich wichtig, grundsätzlich entscheidend gewesen sind. Und genau heute ist es auch wieder so. Deswegen lohnt es sich schon, mal darüber zu sprechen, was passiert, was mit den bevorstehenden Wahlen, mit der nationalen politischen Meinung hier in Deutschland geschehen wird. Claudia muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit ihrer offiziellen Position, solch eine Erklärung abzugeben. Vielleicht ist Silvia da in der Meinungsbildung etwas freier in Bezug auf was die Grünen oder wie die Grünen sich positionieren im Vergleich zu den anderen, gerade in Bezug auf die Verschuldung. Denn man ist ja lange immer wieder davon ausgegangen, dass es bei den Volksparteien eher ein Konsens herrscht, dass eine Schuldenbremse oder eine schwarze Null als Politik eine Notwendigkeit ist für die deutsche exportorientierte Wirtschaft. Die Grünen dagegen sind zumindest auf dem Papier dagegen. Sie sagen über eine CO2-Bremse und nicht eine Schuldenbremse. Meinen die das ernst? Wollen die das wirklich durchziehen? Werden sie wirklich somit die meisten Stimmen gewinnen können bei der Bundestagswahl? Und wenn ja, wie würde denn das die gesamte europäische Geschichte ändern? Nicht nur das deutsche Narrativ. Wie sehen Sie das? Ich bin ja keine Expertin für deutsche Politik und kann nicht sagen, ob Sie das durchziehen würden oder nicht. Aber ich glaube, allgemein hängt das davon ab, wie die Koalition zustande kommt, wer da drin sein wird. Denn da gibt es ja natürlich viele Diskussionen auch zu den Schulden und das hängt ja von der Regierungsbildung ab. Aber gehen wir mal davon aus, dass das durchgezogen wird, dass es da Änderungen gibt, dass es so etwas wie eine CO2-Bremse geben wird oder dass es eine Aufweichung der bisherigen Politik gibt, dass das dann auch Auswirkungen auf Europa hat. Diese Diskussion hatten wir in Europa auch eigentlich nicht, obwohl das natürlich so etwas wie ein Unterton ist. Aber nicht jeder weiß da genau Bescheid. Denn wir hätten schon vor Jahren eine solche Diskussion führen sollen, hatten wir aber nicht, weil solche Probleme gar nicht da waren. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre das notwendig gewesen, nicht so sehr aus politischer Sicht. Aber ich denke, wir müssen diese Gespräche führen und zwar in einem weiteren Kontext, indem man den Stabilitäts- und Wachstumspakt diskutiert und die Fiskalpolitik nach 2022 wird die deutsche Regierung ab 2022 sich anders positionieren zu diesem Thema. Das wird auch, denke ich, die politische Diskussion auf europäischer Ebene mitbestimmen und formen. Das glaube ich schon. Eine weitere Besonderheit, eine weitere Ausnahme, die ich herausheben möchte, ist Italien. Ich bin gerade in Italien und das ist ein eher idiosynkratisches Land in der Eurozone aus zweierlei Gründen. Nicht, weil Italien historisch schon einen hohen Schuldenstand hat, was natürlich eine wirtschaftliche Besonderheit für Italien ist. Aber in den letzten 20 Jahren gab es eigentlich kein Wachstum in Italien in der Eurozone, auch nicht als Teile der Eurozone einen schnellen kreditgetriebenen Boom erlebt haben, gab es in Italien jedoch kein Wachstum. Und das ist ein Symptom für ein tiefergreifendes, strukturelles Problem in der Volkswirtschaft, die jetzt der größte Empfänger, das größte Empfängerland ist, diese neuen finanzpolitischen Solidaritätsinitiative. Also die Diskussion, die wir 2022 führen müssen, hängt ja stark davon ab, nicht nur, welche neue deutsche Koalition es geben wird und welchen Standpunkt sie ideologisch zum Thema Schulden hat, sondern hängt auch davon ab, ob Italien in der Lage sein wird, das Geld, das es beziehen wird, aus Next Generation EU so auszugeben, dass tatsächlich auch Wachstum stimuliert werden kann auf Niveaus, die wir in den letzten 20 Jahren nicht erlebt haben. Das wird ganz wesentlich sein für die Diskussion, dass sie produktiv wird. Bevor wir weitermachen, habe ich hier eine Frage für den Geschichtsprofessor. Das würde ich auch gerne mal ansprechen, weil es uns ja hier auch um ein Geschichtsforum geht, das Körper History Forum. Nämlich, was sind die wichtigsten Beispiele historischer Wendepunkte, wo Staatsschulden eine Rolle gespielt haben, um Krisen, Disruptionen und Herausforderungen zu überwinden? Hätten Sie da ein paar Beispiele parat, Quinn? Wo Schulden eine Rolle gespielt haben? Vielleicht sollten wir noch mal zu der Aussage zurückkommen, die Claudia gerade gemacht hat, nämlich, dass man unterschiedliche Fiskalpolitiken unterscheidet. Schulde bedeutet nicht nur Schulden, Punkt. Es gibt gute und es gibt schlechte. Und die Schulden, die in Investitionen münden, wo beispielsweise die produktive Kapazität einer Volkswirtschaft erweitert wird, Leute wieder arbeiten, ist eine Art der Verschuldung im Vergleich zu etwas, was nur den Konsum fördert. In den Vereinigten Staaten beispielsweise, wird das dazu führen, dass die Ungleichheiten eigentlich nur steigen, indem man nur das Geld dort reinfließt, wo dann nur ein kleiner Teil der Bevölkerung einen Vorteil daraus ziehen kann. Und wenn man so will, ist die relevanteste historische Parallele die jüngste Krise, nämlich die globale Finanzkrise, wo die Reaktion immer noch inflationär begründet wurde. Das heißt, es würde dazu führen, dass wir Inflation erreichen, wenn zu viel Verschuldung aufgebaut wird. Und so ist das natürlich nicht gekommen. Was man jetzt versuchen ist, oder versuchen zu verstehen will, ist, dass ein Jahrzehnt der quantitativen Lockerung eigentlich zu niedrigen Inflationen geführt hat und praktisch Nullzinspolitik. Also insofern hilft das sicherlich nicht unbedingt in die historischen Parallelen einzusteigen und dann zu glauben, dass vor 2008 irgendwas anderes Relevantes als Beispiel dienen kann. Diese Kombination zwischen der Herrschaft des US-Dollar und dann gleichzeitig der großen wirtschaftlichen Herausforderungen in China hat zu einem Gemengekonflikt geführt, der überhaupt keinen Vergleich hat in der Geschichte, meiner Meinung nach. Okay, dann reden wir eben über die Gegenwart. Ich sehe hier Fragen von unserem Publikum. Vielleicht können wir die etwas einbinden und reden hier über die EU. Da fragt jemand, hat denn die Corona-Pandemie, die Frage an Claudia, die Frage der Euro-Bonds unter anderem Namen wieder in die Debatte gebracht? Denn wir wissen das ja auch in Deutschland, dass die Euro-Bonds immer eine schlechte Idee waren. Niemand redet mehr darüber. Aber können wir das möglicherweise als Form der europäischen Solidarität wiedersehen? Vielleicht mit einem anderen Namen, Claudia? Einige der Programme, die gegenwärtig finanziert werden, Silvia hat die ja erwähnt im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung und der Solidarität, sind gemeinsame Finanzierungsinstrumente. Aber das ist nicht diese alte Diskussion über Euro-Bonds. Quinn hat das ja gesagt, diese Diskussion muss auf politischer Ebene stattfinden. Da gibt es unterschiedliche Präferenzen, auch der Wähler. Und diese spielen dann eine Rolle. Das liegt jetzt nicht an mir. Was meine persönlichen Präferenzen sind, spielt hier keine Rolle, sondern wir reden vielmehr darüber, was passiert, wenn wir aus dem Krisenmodus heraustreten und wie Europa in der Zukunft aussehen sollte. Das ist eine Diskussion, die wir zu einem gegebenen Zeitpunkt führen müssen, aber das ist eine politische Diskussion. Ich möchte eines sagen zu den diskutierten Themen. Ich kann nichts sagen über Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne und auch nichts über zukünftige Wahlergebnisse. Aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass es enorme Herausforderungen gibt. Wichtige Projekte wie zum Beispiel Klimaschutz und dies braucht alles Finanzierung. Das kann nicht nur durch Schuldenaufnahme geschehen. Auf europäischer Ebene brauchen wir auch Eigenkapitalmärkte, die wir vertiefen müssen. Im Augenblick gibt es zu viele Diskussionen darüber, was wir für europäische Märkte tun müssen. Die Kapitalmärkte spielen hier eine wichtige Rolle zur Fremdkapitalaufnahme. Das ist ein sehr wichtiges Projekt, so dass die Kapitalmärkte und Eigenkapitalmärkte ein bisschen auf eine breitere Basis gestellt werden. Für mich ist das eine wichtigere Diskussion zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Nun haben Sie auch über die Rolle der Europäischen Zentralbank gesprochen. In dieser Krise und in den vergangenen Krisen ist das die gleiche Rolle. Denn in Deutschland reden wir gar nicht mehr über die EZB. Bei der EZB ist soweit alles in Ordnung. Auch anders als während der letzten Krise. Und ist das wirklich so, Quinn? Denn Sie haben ja schon erwähnt, dass es wichtig wäre, so zu argumentieren, dass man offen ist, dass man erklärt seitens der Politik und sich transparent verhält in Bezug auf das, was gerade abläuft. Wäre das vielleicht eine Lehre, die die EZB jetzt gelernt hat aus der vergangenen Krise, gezogen hat? Also haben Sie jetzt vielleicht ein besseres Image bei der EZB? Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also Ihre Popularitätswerte habe ich nicht verfolgt. Aber bemerkenswert ist, dass wir im letzten Jahr gesehen haben, alle drei Ebenen der Regierung, also der Legislative und der Exekutive, was bedeutet, dass man bei Wahlen die Souveränität abgibt an irgendwelche übernationale Organisationen. Sondern nein, die drei haben zusammengearbeitet. Und dann hat das Verfassungsgericht ja auch in der politischen Diskussion eine Rolle gespielt. Mich hat das fasziniert. Es gibt einen Rechtsprofessor, der der Meinung ist, man sollte einen Thriller drehen über Karlsruhe und was man getan hat. Und wir würden diesen Film natürlich gern gucken. Ich weiß nicht, ob das eine Massenpopularität auslösen wird. Aber allein schon die Tatsache, was wir jetzt in der letzten Woche gehört haben, das Gericht sagt, ja, wir haben unsere Beziehungen mit der EZB genau angeschaut. Das heißt, die deutsche Souveränität wird hiermit nicht beeinträchtigt im Vergleich zu den Schockentscheidungen aus dem vergangenen Jahr. Und gleichzeitig gab es ja diesen Fall, dass junge Menschen geklagt haben, gesagt haben, Deutschland tut nicht genug, um dem Klimawandel zu begegnen. Und es muss also schneller laufen. Ich glaube, diese Dreiecksbeziehung ist eine sehr interessante hier in diesem Land. Und das passiert in der Öffentlichkeit und durch einige Initiativen, Menschen, die von der Basis kommen, ob die nun ein Eigeninteresse haben oder nicht. Einige haben das sicherlich. Oder Bernd Lucke und die AfD mit der Unterstützung des Milliardärs August von Fink sind sicherlich nicht die Durchschnittsdeutschen. Aber die haben natürlich ihre eigenen Interessen. Und dann wird sowas offen diskutiert. Und dann ändert das vielleicht auch, wie Claudia gesagt hat, das Mandat, der in diesen Institutionen nun zu eigen ist. Also die Maschinerie läuft hier richtig. Ich glaube, es gibt noch mehr Beispiele, wie diese Dreieckskonversation funktioniert in der Zukunft. Und nun kann es natürlich sein, dass die Rolle der EZB immer wieder hinterfragt wird. Wenn man sich die Populisten anschaut, von Alexis Tsipras bis zu Pablo Iglesias in Spanien, die ja Beispiele dafür sind, wenn man komplett nochmal neu verinnerlichen will, wie Europa funktioniert. Diese Kampagne hat etwas Unterstützung genossen in den Anfangsphasen, aber dann eben nicht mehr. Die einzige letzte Initiative, die noch Unterstützung hatte, war der Brexit. Und vielleicht sind die Euroskeptiker auf der linken und rechten Seite jetzt etwas beflügelter. Salvinio und Le Pen wollen doch gar nicht mehr aus der EU. Das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen mehr von Brüssel haben. Insofern unterscheidet sich die Situation schon von den nationalen Alleingängen. Also die Stimmung hat sich geändert. Nicht mehr Fragmentierung, sondern mehr Zugang zu den Kredithähnen. Silvia und Claudia, wollen Sie da noch etwas hinzufügen? Ja, kann ich vielleicht hier noch einhaken zur Kommunikation und Italien und zur EZB. Es ist schon interessant, wie sich die EZB weiterentwickelt hat bei dieser Krise. Wenn man sich die frühen Zeiten der Pandemie anschaut in Europa, als Italien das einzige Land war so ziemlich, das hier vom Virus stark betroffen war. Das war Anfang März 2020. Da erinnern Sie sich vielleicht, dass Christine Lagarde auf der Pressekonferenz gesagt hat, als Antwort auf die Frage, was die EZB jetzt denn vorhabe, um zu gewährleisten, dass die am meisten betroffenen Länder auch finanziell gestützt werden. Da hat sie natürlich mit ihrer Antwort auch ein bisschen Turbulenzen auf dem Markt verursacht und mit ihrer negativen Antwort und hat das dann auch wieder zurückgenommen und hat sich entschuldigt. Aber der mutigste Schritt, den die EZB unternommen hat, war dieses Kaufprogramm, das Pandemic Purchasing Program, das ist ein revolutionäres Instrument. Denn da hat die EZB explizit gesagt, wir werden flexibel sein bei all diesen Zwängen, die wir normalerweise berücksichtigen und beachten müssen bei unseren Programmen. Also diese klassischen Programme, wo gemeinhin anders entschieden wurde. Und wenn man jetzt die Umsetzung in den Blick nimmt im Jahr 2020, in den Monaten, als die Pandemie tatsächlich in der dunkelsten Phase war, also im Frühjahr und im Frühsommer 2020, dann erleben wir, dass sie hier sehr flexibel vorgegangen sind bei ihrer eigenen Politik, ihrer Einkaufspolitik. Also insbesondere hat man da Italien und Spanien in den Blick genommen im März und im April und dann hat man das Ungleichgewicht wieder absorbiert. Und das ist eine Abweichung von dem Konzept, die wir so vorher nicht erlebt haben. Sehr, sehr flexibel. Die EZB selbst wurde also viel flexibler, viel reaktiver, viel bedarfsorientierter bei der Umsetzung der Finanzpolitik. In den Grenzen natürlich, die vom Mandat abgesteckt sind. Aber das ist doch etwas, was sehr, sehr relevant ist für die Architektur der Währungsunion. Claudia dazu. Vielleicht möchte ich nochmal zurückkommen auf das, was ich vorher bereits gesagt habe. Diese Gesamtpolitik war so eine Art Paket ohne explizite Koordination. Aber es war ziemlich deutlich am Anfang der Pandemie, wie das alles getan werden musste. Fiskalpolitik, Monetärpolitik und auch eine Aufsicht, sodass man die Zwänge lockern kann und entsprechend die Banken dadurch stärker Kredite vergeben können. Natürlich innerhalb des bestehenden Regulierungsrahmen. All das ist gleichzeitig geschehen und das war sehr effektiv, wenn es darum geht, die wirtschaftlichen Schocks abzufedern. Auch für die Finanzsektoren, sodass die Finanzsektoren weiter funktionieren konnten. Die Schwierigkeiten ergeben sich erst im Laufe der Zeit. Irgendwann ist die unmittelbare Krise vorbei, das Wirtschaftswachstum springt wieder an, wir geben wieder Geld aus und dann ist die Frage, wie können wir dann all diese Ausnahme-Krisenprogramme zurückfahren. Und ansonsten gibt es vielleicht eine Fiskal- und Finanzdominanz und dass das Wachstum an sich nicht so anspringt, wie es sollte, dass vielleicht nicht genug Kreditaufnahme passiert. Und dann müssen wir entsprechend unsere Wirtschaftshilfen ein bisschen ändern. Und wir haben die Institutionen und die Mandate, um das Ganze auch zu managen. Aber ich glaube, das Ganze wird nicht leicht. Das wollte ich nur noch mal sagen. Das bringt mich zu einer letzten Frage, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber diese eine Frage würde ich noch gerne nehmen. Und zwar die Rolle des Staates. Sie haben darüber bereits gesprochen. Die Frage wäre nur, wie kann denn die Kreise und die Rettungsprogramme, die national und international zur Verfügung stehen, inwieweit die die Einstellung gegenüber dem Staat ändern? Was meinen Sie? Nochmal zu dem, was Claudia gerade gesagt hat, dass die Krise irgendwann ja vorbei sein wird. Aus der Warte des Klimawandels wird das natürlich nicht unbedingt stimmen. Denn genau da finden im Moment die Konflikte statt in den nächsten Jahren. Das heißt, welche enorme staatliche Fähigkeiten es jetzt gibt mit Unterstützung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, natürlich mit Einschränkungen der Entscheidungen von Bürgern. Das heißt, einige Einschränkungen hatten uns natürlich die Corona-Krise aufgebürdet. Das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was uns mit dem Klimawandel noch blühen wird. Um dem Klimawandel zu begegnen, braucht man eine Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, aber auch eine Bereitschaft der Öffentlichkeit, sich zu wandeln, auch ihren Lebensstil zu ändern und entsprechende alternative Entscheidungen zu treffen. Sowas dauert nicht nur ein Jahr. Ja, so etwas wird möglicherweise quasi eine permanente, neue Normalität für uns alle. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist das eine kolossale Belastung möglicherweise für einen Staat, dieser Wandel. Wenn wir uns nur mal anschauen von der Seite der Staatsverschuldung und wir wollen irgendwann eine umweltfreundliche Zentralbankstruktur und viele möchten darüber sprechen, dann muss auch die Beziehungen oder die Einstellung in Bezug auf Staatsverschuldung sich ändern. Das hat auch damit zu tun, was Claudia Beispiel gesagt hat. Wir dürfen nicht zu viel ausgeben, dürfen nicht übertreiben. Das ist etwas, was man natürlich entsprechend formulieren muss, damit diejenigen, die diese Ausgabenpolitik entscheiden müssen, für nachhaltiges und umweltfreundliches Haushalten sehr wichtig. Und die alten Debatten reichen da vielleicht nicht mehr. Die nützen uns nicht mehr. Was ich sagen möchte, ist, dass es sehr schwierig sein wird, für jeden Staat solche Entscheidungen zu treffen. Gerade in der Diskrepanz zwischen Nord und Süden, das hat Claudia kurz angesprochen, da gibt es einerseits die sparsamen Staaten in Europa, die wahrscheinlich nicht damit d'accord gehen, wenn die Staatsschuldenquote sich ändern soll, wenn nicht es zu einem Paradigmenwechsel kommt seitens der deutschen politischen Führung vor dem Hintergrund des Klimawandels. Gut, jetzt haben wir noch zwei Minuten. Ich will versuchen, noch eine Abschlussrunde hier zu beginnen mit Ihnen allen. Ich möchte Sie bitten, sich möglichst kurz zu erfassen. Was glauben Sie, wenn Sie nun das Ende des Jahrzehnts vor Augen haben, der 20er, also bis 2030, wie wird die wirtschaftliche und politische Situation in Europa sich entfalten? Was glauben Sie, wie sehen Sie das? Vielleicht fängt Silvia mal an. Ja, das ist die große Frage, glaube ich. Wenn ich jetzt hier wahr sagen könnte, das wäre es. Aber das hängt von all dem ab, was wir bisher besprochen haben. Nämlich davon, wie diese nie dagewesene Initiative auf der Ebene der EU-Solidarität, dieser Wiederaufbauplan sich auswirkt. Ob diese erfolgreich wird bei der Stimulation des Wachstums, auch in Regionen der EU, in denen Wachstum schon lange nicht mehr dagewesen war. Und ob das dann auch ausreicht, um den politischen Diskurs zu verändern, zur Finanzsolidarität und auch zu den Einsparungen und zu den Vermögenswerten in der EU. Das hat auch Quinn angesprochen. Und dann muss man schauen, was die Beobachter und die Märkte dann machen. Ob sie dann daraus ziehen, dass die Union langfristig stabil ist. Und ich denke, das wäre eine lange Frage, kann ich so schnell nicht beantworten. Danke, Quinn. Und jetzt ein bisschen kürzer. Gut. Wenn ich die letzten Worte habe, dann würde ich sie gerne an Claudia überleiten. Ich dachte, dass der Historiker diese Frage beantworten könnte. Aber ich glaube, eines, was Quinn sagte, war wirklich wichtig. Viele Dinge sind neu erfunden worden in dieser Krise. Und unsere Krisenreaktion verändert so ein bisschen unsere Art und Weise und unsere Lebensweise. Und vielleicht können wir diese dann auch nutzen, diese neuen Entwicklungen, um mit zukünftigen Krisen fertig zu werden. Zum Beispiel Klima und vielleicht auch unsere politischen Institutionen neu denken. Vielleicht nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern auch in der nahen Zukunft. Da können wir vielleicht aus dieser Erfahrung lernen. Vielen Dank. Vielen Dank an alle drei für diese wunderbare Diskussion. Und ich würde gerne jetzt wieder zurückgeben an Frau Reudelko für den nächsten Sitzungsteil. Vielen Dank noch einmal an Sie alle. Vielen Dank.